ich darf auf jeden fall nicht unter das hier drunter kommen da muss ich aufpassen am besten gebe ich schon mal ein stockwerk tiefer so einen channel befehl andeutung also ja von hier bis hier möchte ich zwei felder und zwar auf beiden seiten gechannelt haben so bei hier kommen dann brücken hin und hier ja die sicherheitsebene eben aber jetzt deute ich das mal so weit an das heißt hier und hier sowie eine ebene tiefer das deutlich war mit meinen befehlen an hier und hier sind tabu so diese gebiete sind tabu das heißt hier kommen die channel befehle erst mal weg so das heißt da ist tabu da ist tabu und hier ist auch tabu ja das könnte interessieren Ich brauche mal kurz eine Minute zum überlegen, wer ich hier runter... Ja, ich könnte hier dann meine Eingangshalle, den Weg hoch und runter... Hier kommen die Farben... Ja, machen wir es wirklich so... Designation, wir meinen... Sagen wir hier... Und dann kommt hier... Das hin... Und da kommt das hin... Ja... Und da das... So... 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 Dann x-en wir noch hier die... Weg... So... Da ist da unsere Haupthalle... Gut... Das Gebiet, haben wir ja gesagt, ist tabu... Genauso wie eins drunter... Da müssen wir also aufpassen... Wir haben aber auf jeden Fall sehr viel Gebiet hier oben, wo wir uns drum kümmern können... Äh... Das heißt, ich baue mal... Nicht gleich hier die Treppen, das wäre blöd... Sondern... Äh... Hups... So... Ich baue sie hier um die Ecke... Also... Up and Downstairs... Äh... Wo sind sie denn? Äh... Äh... Yep... Da sollte ich mir eigentlich mittlerweile mal merken können... Hier waren es nur Downward Stairs... Und hier sind es wieder Up and Downstairs... So... Gut... Äh... Hm... Das ist auch alles nicht so toll... Ah... Ich habe eine bessere Idee... Ich habe eine bessere Idee... Also ja... Ich möchte hier gerne... Möchte ich... Eine Verteidigung einrichten... Die so rum geht... Das deute ich jetzt mal kurz an... Geht so rum... So... Das Ganze dann mal kurz... Nur für die Planung... Das hier ist nämlich dann mein letzter Sicherheitsgang sozusagen... Also sozusagen... Hier ist ein Fallengang... Voll mit Käfigfallen und was weiß ich... Und einem großen Hundezwinger... Und hier ist dann eben der normale Gang... Hier wird auch einmal runtergechannelt... Das deute ich am besten auch mal an... Äh... Das... Sagen wir... Gleich hier... Ne... Zwei dahinter... Also das... Das... Das Gebiet hier... So... Das Gebiet hier... Genau... Auch schon blockiert ist... Das ist nicht so was wie beim letzten Mal passiert... Wo wir... Einfach aus Versehen... Rein... Äh... In unsere... Das heißt... Hier müssen wir wieder anders vorgehen... Also erstmal will ich die Treppen hier... Wollte ich ja auch anders machen... Also das hier wird weggemacht... Und das hier wird auch weggemacht... So... Nach oben hin... Haben wir nicht viel Platz... Nach unten hin... Naja... Geht auch soweit... Ich... Tue hier was wegmachen... Wichtig sind die unteren Stockwerke... Dass ich die ordentlich plane... Deswegen hier Treppen... Hier auch wieder Treppen... Das war eine zu viel... Jo... Gut... So durfte ich gar nicht erst auf dich hier treffen... Da müssen wir halt um dieses Ding hier rumbauen... Das ist ja kein Problem... Kommt nämlich hier erst einmal wieder ein Gang... Also erstmal drei... Dann kommt ein langer Gang... So... Mit zwei Seitenbezirken... Und dann kommt... Noch so ein Dreiergang... So... Alles was tiefer ist als die Etage... Müssen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken machen... Aber hier kommen... Ähm... Up and... Upwards Stairs... Wollte ich hier... Genau... Ne... Das ist... Dings als falsch... Als zu hoch... So... Hier kommen... Upwards Stairs hin... Weil hier dann gleich wieder... Downwards Stairs hin kommen... So... So... Und hier haben wir sehr viel... Schöne freie Fläche zur Verfügung... Also werde ich das Ganze schon mal... Einzeichnen... Was hier hinkommt... So... Ähm... So... Das war nicht so toll... So... Da fühle ich sie gleich... Ne... Das ist Blödsinn... So... Mach ich das so... Wieder drei Felder... Und jetzt kann ich hier... Farben Nummer 1... Aufstellen... Die ist wie weit entfernt... Also... Äh... Äh... Nein... Doch... Das ist die Mitte... So... Das heißt... Hier ist die Mitte... So... Gut... Farm Nummer 2... Das hier ist nämlich die... Farmer Etage... So... So... Das müsste ja stimmen... Ja... Genau... Na... Stimmt nicht ganz... Hehe... Da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen... Nämlich hier und hier... So... Genau... Jawoll... Und weil wir so nett sind... Können wir hier auch nur noch einen Verbindungsgang... Einbauen... So... Hier... Weil... Bei der Konstruktion brauchen wir auch einen kleinen Raum... Der einigermaßen Platz hat... Für... Äh... Stimmt das so? Ja... Passt perfekt rein... Der Platz hat für die Samen... Weil ich habe mir eine ganz neue Konstruktion ausgedacht... Äh... Äh... Nein, das ist nicht gut... Oder? Nein, das ist nicht gut... Wir müssen das Ganze nach da oben verlegen... Blöderweise... Weil wir dürfen nicht über diese Halle sein... Nebenbei diese Halle... Das zeichne ich gerade mal fertig ein... So... So... X... So... Das ist nämlich unsere Halle... Wo unser Essen produziert wird... Also hier kommen die Küchen hin... Hier die Brauereien und so weiter... In diese Halle... Da kommen hier links und rechts dann eben noch Lagerräumlichkeiten dazu hin... Die kann ich auch schon mal andeuten... Also hier ist die Mitte... Äh... So... 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 Und auf die andere Seite kommt unser Lager für Knochen und Fleisch... So... Genau... Das wäre dann die gesamte Ebene... Die anderen Ebenen kommen dann tiefer... Und ab da ist es ja eh kein Problem dann mehr... Also müssen wir das alles leider nach oben verlagern... Oder weitaus lagern... Äh... Das ist auch nicht so toll... Also wenn wir hier von hier aus nach oben gehen... Das dürfte kein Problem sein... Nein... Genau... Also wenn wir sagen wie hier... Und hier hoch gehen... Dumm... 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 Genau... Ich war gerade überlegen ob wir es doch etwas anders machen können... Aber nö... Das ist okay soweit... So... 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 Genau... Und dann hier nochmal... Wir sind ja ziemlich tief unterm Fluss... Also ist das gerade egal... So... Die Verbindung... Und jetzt brauchen wir noch das Ding hier... Das war eins falsch... Das war richtig... So... Das bedeutet... Das hier... Können wir vergessen... So... 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 Vergessen alles hier... Dann ist das hier oben jetzt unser Farmbereich... Fürs Erste... Und hier drüben können wir dann... Ziemlich sauber einen riesigen Bereich anlegen... Wo unsere... Baumfarmen hinkommen nachher... Unsere Fungiwurtfarmen... Die kommen dann hier alle hin... Und das ist alles... Hier eine große Geschichte!